Hallo ihr Lieber und Schöneres im Startsatz zum neuen Video. Wir sind heute mal wieder beim ehemaligen Dönerkönig. Ich gestehe ein, ich habe mich belabern lassen, denn er hat einen neuen Smashburger und er hat auch Adana direkt in einem Foodtruck. Und er ist ja, sage ich mal, nicht bescheiden mit seinen Worten. Er hat gesagt, wenn wir auch im Ranking sind, freue ich mich. Top Ten in Deutschland. Deshalb sehen wir uns direkt, ich will nicht lange labern, jetzt beim ehemaligen Dönerkönig. Der Jakob hat mich überredet, ich bin ja mal ehrlich mit euch. Mach jetzt mal die Ansage wie eben, weshalb ich jetzt überhaupt mitkomme. Du musstest, Alter, ich... Du hast einen Smashburger da. Ja, ich glaube, wir haben wieder was Geiles auf dir. Du hast eben gesagt, du machst Goldies damit kaputt. So, das hast du gesagt. Du machst mir Feinde. Davon habe ich mich überzeugen lassen. Ich habe noch nie bei ihm gegessen, aber man sagt, er soll viel, viel besser. Lass doch hier, ist das nicht dein Name? Nein, hier. Der Schwarze. Ach, der Schwarze, ach so. Der Große Schwarze. Ach, der Große Schwarze. Wir haben nur zwei Sachen. Wir haben den Smashburger und den türkischen Adana Original Türkei, du weißt. Ach, die beiden Produkte. Echt, also ich muss sagen, ich bin weich geworden, Leute. Ich sage ganz ehrlich, ich bin weich geworden. Ich habe mich überreden lassen, von ihm das hier zu testen. Mal bin ich auch nur Mensch. Das war jetzt nicht nach meinem Plan. Jeder ist sehr gut, ist erkannt. Grüß dich, mein Lieber. Ey, ich selbst, ey, guck mal. Ja. Wie geht's dir? Ja, gut, danke. Wie geht's dir? Habt du schon getestet? Drüber an der Cover. An der Cover, aber ich bleib unter Verschlossenheit. Wie versprochen. Aber jetzt teilt sich euer Dingschen noch, euren Burger. Also der Adana wird hier direkt Original wie Türkei. Ja. Holzkohle schmeckt genauso wie in der Türkei. Das kann man da runtersetzen. Damit das nicht so von oben ist, ne? Der Smashburger. Warte, stell dich mal wieder hier oben rauf, ja, genau. Oh, jetzt haben wir hier bei den Kollegen doch. Und Smash. Top Essen hier, absolut geil. Egal ob dort oder hier, Maschallah. Sehr geil. Die 5 Euro kannst du einsteigen. Wirklich, also der ist eine Ansage. Aber letztens war es das Gleiche gesagt bei den Burger. Ja, da war ich noch Grün unter den, wie sag ich? Hey, Grün unter den Ohren. Ja, genau. Jetzt, wir haben Monate Zeit gehabt. Also der ist jetzt vom Brot, vom Petty, alles. Hetz gemacht. Okay, dann film ich da mal rein. Und Adana haben sie hier. Guck mal, David, kann ich einmal reinkommen, wenn er kann? Smash, du film ich auch noch mal einen rein jetzt hier? Mach ich gleich, ja. Oha, schön. Hast du ein Butter gemacht, ne? Ja, klar. Ich hoffe, Jakob, du enttäuschst nicht. Wie willst du den haben? Doppelsmash? Doppelsmash, ja. Einfach so, wie hier in der Karte steht. Ich habe keine, wo in der Karte steht. Ne? Weißt du, wie ich das habe? Wie? Okay, jetzt müssen wir hier drauf gucken. Man muss selber jetzt gucken. Der Basic, das heißt einmal die hausgemachte Wurst und Käse ist Basic. Ja. Und dann darf man die Toppings extra hier bei uns auswählen. Dann nehme ich einfach noch Zwiebeln. Ich mag gerne mit karamellisierten Zwiebeln das was. Das was. Das was. Und Gurken. Und Gurken. Eigentlich Gurken. Ja. Gut, machen wir so, die Kombi. Die sind nicht fluffig, aber ich lasse sie noch dünner machen. Die sind für mich noch ein bisschen zu dick. Okay, wird sich zeigen. Im Burger ist das erst entscheidend, ja? Genau. Oben und unten eingebuttert hast du, ne? Ja, ich habe die oben eingebuttert. Mhm, okay. Und Jakob, egal was passiert, Feedback im Video. Dominik filmt mich gleich. Nicht, dass ich gleich wieder drauf festgenagelt werde. Nehme ich den so einfach mit, ne? Okay. Alles klar, Jungs. Nehmen wir uns gleich fünfmal einmal, Dominik, ne? Ja. Perfekt. Danach gibt es noch Adana hier. Er hat mich auch noch zum Adana überredet. So. Also, er fühlt sich geil an. Aber in der Regel, oh ey. Letztes Mal hat er mich auch überredet, in seinen Laden zu testen. Und der hat fünf von zehn gekriegt beim Burger. Todesbuttrig von außen. Ist tatsächlich einer der butterigsten Burger, die ich bisher gegessen habe. Ich liebe dieses Butterfeeling. Geile Rüstung von Brot. Also erst mal Gesamtfeeling vom Burger. Sehr geil. Du merkst, bei einer Sache hat er auch noch gesagt. Am Brot ist er am Pfeilen, will er noch dünner. Hat er recht. Du merkst so richtig, es ist ganz, ganz prägnant dieser Biss von außen. Du merkst im Mund diese zwei, die Oberschicht, die Unterschicht. Und das Fleisch in der Mitte. Das geht beim Biss ein bisschen unter. Du hast dieses Feeling, du hast ein geiles Teig für ein geiles Butterfeeling. Aber bevor du dich entsinnen kannst, merkst du gar nichts mehr vom Fleisch, sondern kaufst schon wieder das Brot quasi. Geile Bürgersauce. Dann müsstest du als Triple Patty. Bitte, müsste man den nehmen. Schwiebeln schön süß. Geil der Käse. In der Mitte kommt er langsam. Gurken hatte ich übrigens vergessen. Immer wieder kommt aber dieses Teigfeeling. Aber es ist trotzdem ein Burger, der mega lecker ist. Aber das Teigfeeling, die Balance, von der ich spreche, ein Burger, ein Burger muss ausbalanciert sein. Er muss Akzente haben. Ein Burger darf nie in eine Richtung abschwenken. Wie kann ein Burger, der in Richtung Brot abdriftet, zum Beispiel der beste Burger Deutschlands, oder so ein Burger, der nur vom Ketchup lebt, weil jemand zu viel Ketchup drauf macht? Der kann dementsprechend auch nicht mal einzigartig sein und so auch nicht irgendwie ganz vorne mitspielen. So ist das Brot etwas zu prägnant. Etwas. Geile Mischung. Ich denke, in der Bürgersauce wird auch Senf drin sein. Bewertung gucken wir gleich. Wir probieren den Adana noch. Sehr stabiler Burger. So, Jakob. Sehr, sehr stabil. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt muss ich Adana erst mal noch. Er ist mein Tester. Ich lern nur von dir. Du lernst von mir, ja. Ich hab das Ziel. Du hast den Geschmack. Also, wirklich sehr, sehr stabil. Der ist drei Tage erst alt. Serkan hat eben schon gesagt, Brot wollen die ein bisschen dünner machen. Bin ich bei ihm, da könnte man ein bisschen dünner noch machen. Aber das Ding ist saustabil. Wenn du nochmal da bist, was weiß ich, in zwei Wochen, da bist du Herzinfarkt. Der ist aber jetzt schon, müsste in deiner Liste sein. Er ist sehr stark. Dominik wird gleich noch den Rest essen. Und ich werde jetzt den Adana, bevor der Hunger einsetzt. Komm, wir machen mir den Adana jetzt. Der Adana macht den mir gerade fertig. Okay, ich guck da mal eben rein. Also, Adana riecht herzlich. Es riecht echt wie bei Kepapland, Leute. Es riecht wie bei Kepapland. Boah, es riecht so geil, Serkan. Wolfet ihr den oder macht ihr, hackt ihr den? Also, wie ein Wiegemesser. Nee, wir wolften den. Den wolft ihr, ja? Ja. Mhm. Ich habe ja auch ein Adana-Ranking. Meist auf dem Zweitkanal. Guckt mal rum, HolleTV. Da mache ich sehr viel Abwechslung. Checkt das mal ab. Adana sind auch einige am Start inzwischen an Videos. Beziehungsweise Hackspieße. Also, manchmal ist es ja kein Adana. Boah, wie geil aus. Aber ich muss den pur essen erst mal. Oder habt ihr den nur in diesem Brot? Nein, 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 mach pur. Okay, genau. Obwohl ich gerne ein Brot essen will. Das sieht geil aus. Aber ich muss pur essen. Als Zürich soll ich probieren. Er macht mir ein Stückchen ab und den Rest esse ich ein Brot. Dann macht er so ein halbes Brot. Ja, machen wir so. Ich rieche selber wie ein Griller gleich, wenn ich in der Bahn sitze. Ganz original ist das, ne? Dann rieche ich den und dann kriege ich gleich noch Adana dazu, ne? Der kommt gleich hinterher, ne? Okay. So sieht der Kollege von außen aus. Jetzt bin ich gespannt. Geruch war wirklich wie bei Kepa Blunt. Und das hast du auch nicht bei jedem. Also, wie oft habt ihr gehört, wo ich irgendwo reingang, wo es Adana gab, das riecht hier wie bei Kepa Blunt. Einmal habe ich einen Geschmack vom Brot gehabt. Das war wie bei Kepa Blunt. Das war es aber auch. Sehr, sehr knuskels Fleisch. Sehr zitroniges Feeling. Wenn im Salat, wenn die Zitrone mit bei dem Scham. Dann war noch sehr zitronig. Aber du hast so einen gewissen Rauchkick. Ich nenne es jetzt mal Rauch. Das ist jetzt nicht ein klassischer Rauchgeschmack vom Grill. Aber irgendwas Special-mäßiges haben sie hier gemacht, dass du so einen sehr durchdringenden, dunklen, rauchigen Geschmack drin hast. Ja, was heißt Rauching? Rauch ist eigentlich der falsche Ausdruck. Ich weiß nicht, ob die andere Holzkohle oder so nehmen. Auf jeden Fall kommt dieser Geschmack vom Rauch. Aber er ist ganz untypisch. Sehr kräftig. Wenn ich eine Farbe nennen würde, schmeckt er schwarz, dunkel, einfach tief. Aber wer ist denn jetzt noch einmal ein Happen Adana und dann geht es weiter? Ja, den wollen wir noch mal so probieren. Das hier snacken wir eben auf und dann geht es zum Adana. So, einfach jetzt so, weil ich probieren will, einfach auf die Hand. Jetzt hier riecht das Lamm. Ich habe es eben gar nicht gehabt. Hier könnte mehr Kruste sein. Guck mal, da fehlt denen, glaube ich, ein bisschen Adana-Erfahrung. Hier könnte mehr Kruste sein. Die einzigen Fettstücke sieht man noch. Eins kann ich euch nochmal sagen. Wenn ihr wirklich einen High-End Adana haben wollt, der müsste sich zerdrücken. Da drückt ihr drauf, der zerdrückt sich aus dem Grund, dass er gewogen ist mit einem Wiegemesser. Da habt ihr richtiges Fleisch. Das wird gewogen und nicht gewolft durch den Wolf. Das klebt nur ganz leicht aneinander. Das fällt, wenn man es drückt. Den kannst du kaum schneiden, der fällt komplett auseinander. Und seitdem mir das gesagt wurde, ich achte da drauf und das ist ein meilenweiter Unterschied. Das ist einfach zehnmal geiler. Und das ist das Original. Das ist gewolft. Das heißt nicht, dass es nicht schmecken kann gewolft, aber das andere ist nochmal Upgrade. Du hast wirklich ganze Fleischstücke. Die werden gewogen und kleben wirklich nur durch eine spezielle Technik aneinander. Abgesehen davon, gehen wir jetzt mal zur Bewertung von dem Schuppen hier. Burger-Problem. Einfach zu dickes Brot, zu massiv, zu unbalanciert. Sonst sehr geil. Wirklich ein starker Burger. Aber die Feinballons fehlt, um oben mitzuspielen. Das war trotzdem saulecker. Eine 7-7 kannst du geben. Adana am Brot war zu brotig. Das Brot war zu dominant. Ich habe wirklich auch viele, viele Adana am Brot gegessen. Brot zu dominant, Adana fehlt mir ein bisschen der Feinstift. Muss man sagen, ist sehr lecker, trotzdem sehr lecker. Aber Adana am Brot, mehr als so eine 7-2 kannst du nicht geben. Adana, genau das gleiche eigentlich. So eine 7-2 ist ein leckeres Ding, aber mehr Punkte kannst du nicht vertreten. Aber absoluten Probieren wert. Gerade der Burger mit ganz ein bisschen Feinstift könnte er wirklich komplett rasieren. Aber auch so ein geiler Burger. Würde ich jederzeit essen, wenn ich hier wäre. Genau, sehr, sehr lecker. Ja, aber Burger hätte ich gedacht, dass du deutlich schlechter abschneidest. Du bist erst drei Tage alt. Du bist drei Tage alt, ja. Ja, ja, der hat sehr viel Potenzial nach oben. Da bin ich auch dran. Ich bin täglich zwischen den beiden Lädern. Also Döner sitzt hier, hast du ja selbst gesehen. Aber hier sind wir noch am Brötchen am Experimentieren. Genau, das Brötchen ist der einzige Punkt, wo noch ein bisschen Feinlustierungen sein können. Ja, da arbeiten wir dran. Und wenn wir auch im Ranking sind, freue ich mich. Weil jeder, der kommt, der ist begeistert. Also das verdient wirklich in Deutschland in einer Liste. Da hast du mich kaputt gemacht heute, Jakob. Ich kann mein zweites Video gar nicht knicken. Scheiße. Scheiße, egal, ob du was hier hast. Das war richtig gut. Geil. Da, wo das Video angefangen hat, beenden wir es auch. Ich küsse eure Herzen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Denkt an den Daumen oben. Einmal kurz draufdrücken für den Support. Dann sage ich, Kuss an euch alle. Lasst einen Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.